So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe gestern ja schon ein kleines Video hochgeladen zu Mega Dianzi und zu Mega Rai Quarza. Und heute, habe ich versprochen, möchte ich noch mehr zum Go-Fest, zu Shinies, zu Ausbeuten, Entwicklungen, richtig coolen Dingen zeigen. Dazu nehme ich mein Handy, ja, nehme das mal in die Hand und will mal hier reingucken, weil wir haben doch gerade noch eine Forschung. So ein glitzernder Garten ist mir aufgefallen, die habe ich jetzt noch gar nicht abgeholt. Also es ist ja gerade eigentlich ein Event für uns hier, da wo wir leben, in Deutschland. Wenn ihr in Deutschland lebt, dann lebt ihr da. Da kann man hier was abholen, das finde ich sehr schön. Hier ist noch ein Alola Kokowei. Alola Kokowei drin, genau. Wie soll ich das jetzt so komisch gesagt? Das kann man abholen. Hier gibt es Mega Energie für Bisaflor, für Bibor und für Pinsier. Warum schmeißt die Katze schon wieder irgendwas runter? Ich weiß es nicht. Richtig brutal. Das, bitte beachten immer im Heute-Tab, steht alles cool. Dann gehen wir in den Spezial-Tab, da möchte ich kurz auch noch was abholen. Go-Fest, London, Stadterkundung. Hier gibt es drei Quarzer Bonbons, hier gibt es Sternstücke, hier gibt es Log-Module. Und hier unten nochmal XL-Sonderbonbon, nochmal Rai Quarzer XL und ein Meteorit. Gerade heute im Stream haben die Leute wieder gefragt, woher kriegt man denn diese Meteoriten, die man benötigt, um die Attacke von Rai Quarzer zu verändern, beizubringen, Zenitstürmer, weißt du auch so, damit er dann, ist das jetzt die richtige, damit er dann die Mega-Entwicklung durchführen kann, wenn man Mega-Energie hat. Lösung ist, aus den Spezialforschungen von Osaka, aus den Spezialforschungen von London. Diese Spezialforschungen gab es aber natürlich nur mit Ticket, also wenn man ein Ticket hatte, hat man diese Spezialforschung bekommen. Das hat nichts mit dem Globalen zu tun. Wenn ihr euch ein Ticket für das globale Go-Fest gekauft habt, dann ist das erst Ende August, da ist das globale. Dafür ist das globale Ticket, da gibt es sicherlich auch eine Forschung, da gibt es auch Rai Quarzer Rates am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Habt das bitte auf dem Schirm. Und ansonsten braucht man natürlich für London ein London-Ticket, für Osaka ein Osaka-Ticket und in zwei Wochen in New York ein New York-Ticket. Das ist alles sehr durcheinander, klar kommt man da auch mal. Deswegen sind wir hier und zeigen euch. Was wollen wir euch zum Beispiel noch zeigen? Es gab ja Pikachu beim Go-Fest London, Osaka und New York gibt es dieses eine Pikachu in Shiny. Die vier verschiedenen Pikachus gibt es dann beim Globalen. Also wer jetzt dachte, ich kriege nur das eine, wo sind die anderen? In Osaka, New York und London gab es dieses eine mit dieser komischen Krone drauf. Das hier ist ein weibliches, das hier ist ein männliches, erkennt man auch am Schwanz. So, das ist da, das ist abgehakt. Wer die schon hat, muss sich gar keinen Stress machen. Zum globalen Go-Fest gibt es dann aber vier andere für jeweils jedes Habitat eins. Da jedes Habitat zwei Stunden insgesamt da ist, hat man also zwei Stunden Zeit, das jeweilige Habitat Pikachu zu kriegen. Es fängt mit einem Habitat an, dann kommt das nächste, dann das nächste, dann das nächste und dann wiederholt sich das ja in der Reihenfolge nochmal, dass ihr das erste nochmal habt, das zweite nochmal. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, ob man da alle Pikachus kriegt. Hier sind die da. Dann gab es Aerodactyl mit der Abenteuertasche, hier auch in Shiny. Das ist auch cool. Ist ein cooles Pokémon, ist ein cooles Shiny. Fällt immer auf, jetzt hier auch mit Hip-Hop-Back am Start. Ja, wer da also mehrere hat und dann gern mal für einen Freund oder sowas tauschen möchte, sind die sicherlich sehr begehrt. Da freut sich nämlich auch das kleine Kacksprühl. Dann gab es Icognitos. Icognitos sind immer ein Highlight, weil die ja immer meistens nur zu Go-Festen oder bestimmten Sachen kommen. Es gab das Wort Diamond mit Ausrufezeichen. Fängt also an mit einem D. Das D gab es schon, das war nicht neu. Dann haben wir ein I, D, ja. I gab es auch nicht neu. Dann haben wir ein A, A war auch nicht neu. Dann gab es M. M ist zum allerersten Mal als Shiny verfügbar gewesen. Gab es vorher zu keinem Go-Fest. Ich weiß nicht, in den Berichten standen dann wieder da, wenn ihr Glück habt, bekommt ihr ein Ausrufezeichen Shiny, was sein Debüt feiert und was das allererste Mal in Pokémon Go verfügbar ist in Shiny. Gleiches galt für das M und beim M hat man einfach gar nichts dazu gesagt. Nur, dass die Diamant-Buchstaben Shiny sein können. Das Ausrufezeichen, das allererste Mal Shiny. Aber M war ja auch das allererste Mal in Shiny da. Also M war auf jeden Fall wichtig. Diamant, dann brauchen wir ein O. Das ist ein O, das kam auch dabei. Dann ein N. N gab es natürlich auch. Diamant, das ist kein Z, das ist ein N. Guckt es euch genau an. Diamant, am Ende also nochmal ein D. Und dann das, was viele Leute sowieso brauchen und wollen, die auch gesagt haben, wer da spielt und wer Ausrufezeichen bekommt, egal ob Shiny oder nicht, bitte aufheben. Vielen Leuten fehlt im E-Cognito-Decks noch das Ausrufezeichen. Das gab es meiner Meinung nach bisher nur bei der Mac in Erfurt damals. Da gab es MAG und das Ausrufezeichen. Damals nicht Shiny. Jetzt auch als Shiny möglich. Viele sind schon zufrieden, wenn sie das normale Ausrufezeichen bekommen. Mir fehlt im normalen Decks nur das Fragezeichen, weil das gab es nur beim allerersten Go-Face in Chicago damals. Hat man ja noch nicht gespielt, sagen wir mal so. Ausrufezeichen ist am Start, habe ich hier bekommen. Drei Stück sind bestimmt cool und zum Tauschen war es wert. Ich möchte betonen, ich suche immer noch ein Shiny Lucha Libre Pikachu, was keiner hat und keiner abgibt. Dann Ponita mit Halstuch in Shiny und Elekit in Shiny mit Armbinde. Das sind drei Sachen, die mir gerade einfallen, die, wenn mir die jemand geben könnte, ich alles dafür euch geben würde und könnte. Das ist auch sowas. Oder meinetwegen 2 zu 1, 3 zu 1, bla bla bla. Die Rai Quarza, die lassen wir mal kurz da stehen. Gehen wir mal kurz hier zu die Lucarios. Lucario war ein Habitat-Pokémon. Das gab es im Vulkan-Habitat, gab es Lucario-Wild. Man konnte ganz viele Lucario fangen. Man konnte die in Shiny-Wild antreffen. Das war sehr cool. Wer da noch keins hatte, haben wir mal ein paar mit reingenommen. Dann habt ihr hier ein Lucario, Level 1, 38 WP und ihr werdet es nicht glauben. Es ist ein 100%iges Lucario. Das ist mein absolutes Highlight. Ich erzähle euch gar nicht davon, dass im Fangbildschirm ein 100%iges Lucario aufgetaucht ist. In 100% im Fangbildschirm was geschillert hat, also ein Shando und geflohen ist, weil ich bescheuert bin. Dann ist das geflohen und dann war das weg und ich dachte, nein, aber das wäre so übertrieben gewesen. Mir reicht jetzt eigentlich, dass ich durchs Tauschen letztens ein 100%iges Riolo bekommen habe, was ich eigentlich erlaufen wollte. Sobald die XL da sind, wollte ich es entwickeln und hochziehen. Jetzt weiß ich, ich kann das als Riolo lassen. Ich habe jetzt ein 100er Riolo und habe jetzt ein 100er Lucario. Das könnte ich also mal hochziehen. Make-It-TV, verfolg dich jetzt. Boah, der ist jetzt special, der wird gegrüßt. Grüße an Make-It-TV, weil du direkt in der Aufnahme abonniert hast und das nicht weißt und das später vielleicht irgendwann siehst. Das heißt, dieses Lucario wird irgendwann mal von Level 1 auf Level 50 gezogen in einem Zug. Das mache ich aber nicht jetzt, weil wir wollen jetzt nichts pushen. Lilminip gab es dann neu als Shiny. Wurde aber gleichzeitig bei dem Event Glänzender Garten auch eingeführt. Und am ersten Tag, am Samstag, war Lilminip ja auch vermehrt in der Wildnis. Es gab Showcases mit Lilminip für alle, überall, weltweit. Das möchte ich jetzt auch kurz entwickeln. Ich nehme wieder das mit den höchsten WP. Das braucht auch einen Sonnenstein. Das finde ich nämlich immer schön, wenn man Shinies im Video, in einem Ausbeute-Video entwickeln kann, dass ihr genau seht, wie die sich verändern. Wie das dann ausschaut für die Leute, die das nicht haben. Oder für die, die nur eins haben und es nicht entwickeln können. Die dann hier auch mal schauen können, so sieht das aus und so sieht es danach aus. Ach, dann behalte ich meins lieber und entwickle es nicht, weil ich es vorher irgendwie cooler finde. Es hat ja auch irgendwie so ein Christuskreuz auf dem Kopf, habe ich noch gar nicht bemerkt, dass es hier ein sehr christliches Pokémon ist. Das sollen bestimmt kleine Schilder sein. Aber ansonsten Dresella sieht gut aus. Ist wieder ein weibliches, süßes, schönes Ding. Ein Ding. So, dann haben wir hier den Kollegen. Das ist, was mache ich damit? Ich weiß es gar nicht. Irrbis. Irrbis gab es, meiner Meinung nach, zum allerersten Mal jetzt als Shiny ohne Kostüm. In einem Halloween-Event wurde der eingeführt mit Kostüm in verschiedenen Größen. Vier Größen, immer das Kostüm. Wenn du es entwickelt hast, du brauchtest acht Irrbis mit Kostüm, Shiny, damit du alle Größen abgedeckt hast und so weiter. Beim Go-Fest war er wohl jetzt da ohne Kostüm, aber nur in einer Größe. Die sind also alle genau gleich groß. Ich habe kein einziges Irrbis bekommen. Pupsi musste mir Irrbis tauschen. Habe ich vorhin noch kurz gemacht. Zwei Trades genutzt. Jetzt ist das Problem, dass... Es hat Lucky Hintergrund. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich hasse Lucky Hintergrund. Das heißt, ich würde das Höchste... Mal gucken, wie es aussieht. Das Höhere von den beiden würde ich jetzt erstmal entwickeln, damit man sieht, wie das aussieht. Wenn das eben dann... Es ist doch jetzt größer. Es ist doch größer. Es verdeckt vielleicht mehr den Hintergrund. Also muss ich auf den Namen warten. Pump Gin, genau. Pump Gin heißt der Kollege. Aber es ist nicht groß genug. Es schimmert so sehr da hinten raus, dass ich das eigentlich schon wieder total hässlich finde. Habt ihr ein Irrbis vielleicht übrig, ohne Kostüm, vom Go-Fast, für mich, dann meldet euch bitte. Das wäre richtig cool, denn der sieht so hässlich aus. Ich verschicke den jetzt einfach. Da ist ein Stern dran. Ich hau den weg. Das heißt, mir fehlt ein Shiny Irrbis ohne Kostüm, damit ich den hab und dann nochmal entwickeln kann. Total Quatsch. Ich weiß, aber so ist es halt. Araqua gab es auch neu. Habe ich auch nicht bekommen. Musst du mir auch Pupsi rüber tauschen, weil ich einfach keinen bekommen hab. Werde ich ja auch das höhere von beiden nehmen und entwickeln fürs Video exklusiv für euch. Dass ihr das seht, wie es so aussieht, wie es entwickelt aussieht. Wenn ihr nur eins habt, dass ihr euch entscheiden könnt, dass ihr es vielleicht so lasst, weil das danach nicht gut aussieht. Wie sieht es aus? Wahrscheinlich genauso. Ja, sehr lila. Schwarzkopf. Mit Marshmallows oben drauf. Aber der ist fest. Fett, nicht fest. Aranestro. Mann ist der fett. Guck dir das an. Wenn der jetzt noch XL wäre, dann nimm den ganzen Bildschirm ein. Dian C habe ich gezeigt. Hat ja eine Mega-Entwicklung. Haben wir auch schon einmal entwickelt. Ich habe auch noch Dian C Energie übrig. Ich würde, müsste eigentlich meinen Dian C jeden Tag jetzt einmal Mega entwickeln. Um Stufe 2 vom Mega-Level zu erreichen. Um Stufe 3 vom Mega-Level zu erreichen. Mache ich für euch hier in dem Video auch noch mal kurz extra dazu. Dian C Mega-Entwicklung 1825. Ich habe es im letzten Video nicht bewertet. Ich werde es jetzt kurz bewerten, dass ihr die IV seht. Und 3 Sterne 10, 12, 15. Ist das gut? Ist das schlecht? Man weiß es nicht. Habt ihr einen Dian C bekommen? Wer da gespielt hat? Wie gut ist eure? Es hat jemand einen Hunderer. Schocker der Woche mäßig. So. Dann haben wir das entwickelt als Mega. Das haben wir gezeigt als Hunderer. Was ich kurz jetzt hier noch machen möchte, habe ich auch gestern gezeigt. Ich habe auch dieses Rayquaza zu einem Mega-Rayquaza gemacht. Dass ich ein Shiny-Mega habe. Das werde ich aber immer nur entwickeln, wenn es kostenlos entwickelbar ist. Dieses Hunderer möchte ich aber auch jeden Tag jetzt einmal entwickeln, bis es Stufe 3 ist. Ich mache das jetzt hier fürs Video auch noch mal. Dann habe ich gleich die Entwicklung für heute auch abgeschlossen. Guckt euch nochmal an, wie cool das aussieht. Dieser Hintergrund, diese Animation. Nicht normal einfach Mega-Entwicklung, sondern das hat durch diesen Meteoriten-Stand. Seien, dass alles viel heftiger ist. Level 50, 100%. GoFast 6458 WP. Das ist krass. Gestern hatte ich keine Steine mehr. Gestern habe ich zwei Meteoriten rausgehauen. Jetzt durch die Forschung habe ich ja wieder zwei bekommen. Könnte also noch zwei andere Rayquaza entwickeln, wenn ich das möchte. Ansonsten gab es ja in London neun freie Pässe, die man machen konnte mit Ticket. Und in Osaka auch neun freie Pässe, die man machen konnte mit Ticket. Und da möchte ich euch kurz alle Rayquaza zeigen, die ich gemacht habe. Ich habe, wenn ich ein Raid gemacht habe, wirklich nur Mega-Rayquaza-Raid gemacht, um Mega-Energie zu sammeln. Xeneas, Evil-Tal kommen eh demnächst jetzt zu uns. Wenn Gryselia weg ist, brauchst du nicht machen. Rokara-Rades brauchtest du nicht machen. Du hast ja auch durch den Rauch bekommen und alles. Und das sind die Rayquaza, also die ich jetzt bekommen habe. Ich zeige sie nochmal kurz. Der ist also schlecht. Die müssten immer besser werden. Manche haben diesen Fangbildschirm. Da ist das Suita Osaka Japan Hintergrundgebäude. Dann seht ihr, was das Beste ist aus Osaka. Ihr seht, was das Beste ist aus allem anderen. Die Hintergründe sind halt sehr schön. Wird wahrscheinlich auch gesammelt von einigen Leuten. Und damals gab es das auch schon von New York, glaube ich. Da habe ich aber nicht drauf geachtet. Kann sein, dass ich die damals verschickt habe. Das ist dann der London Hintergrund. Da sieht man auch den Big Ben. Ben, was geht ab? Ziehen wir hier auch nochmal durch. Die haben jetzt auch viel mit Wetterbrust. Und dann sind wir, glaube ich, eigentlich fertig. 26, 82. Der Beste müsste der sein. 27, 11 mit Wetterbrust. 15 Angriff. 3 Sterne. London, England. Fertig. Der ist getauscht. Und dann ist das eigentlich meine Übersicht, meine Ausbeute von Osaka und von London aus den Go-Festen. Alle Shinies, die es vorher schon gab und die ich vorher schon hatte, habe ich jetzt weggelassen. Es gab natürlich noch viel mehr Sachen. Ich wollte euch hier nur die neuen Dinge zeigen, die man bekommen konnte. Wie das Aerodactyl, das Pikachu, eben die anderen Shinies unten mit Lill, mit Nipp und Blah. So. Jetzt könnt ihr haten oder lachen oder weinen oder alles gleichzeitig. Ich fand auf jeden Fall, es hat wieder total mega Spaß gemacht. Und freue mich besonders über dieses 100%ige Lucario. Das ist immer noch mein Highlight. Weil alle anderen Shinies, die dann freigeschalten wurden, die du dann irgendwann sowieso durch andere Events kriegst, hättest du jetzt eher bekommen, aber kriegst die dann so. Aber dieses Lucario ist für mich einfach das Highlight gewesen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Das ist Tresella. Wir zeigen es euch nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Hannes. Tschüss. Tschüss. Ja, wer die ganze Zeit beobachtet hier.